Ich heiße Uli und arbeite im Kiosk am Rathaus, der hinter uns steht. In dem Kiosk bieten wir Getränke aller Art an, alkoholische und nicht alkoholische, Zigaretten, Süßigkeiten und Lebensmittel. Außerdem gute Laune. Das Viertel ist seitdem eigentlich ein bisschen mehr runtergekommen, weil sehr viel Leerstadt hier war. Die Fiesta Viktoria ist ein sehr schönes Volksfest für Jung und Alt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wie das hier mit dem Viertel weitergeht, dann würde ich sagen, dass alle Beteiligten zufrieden sind.